Euber Logistik. Die Marke steht für Qualität, Service und Pünktlichkeit. Eine Firma mit Tradition. Das Speditionsunternehmen ist fest in der Uckermark verankert und das seit 70 Jahren. Euber verkörpert Angermünde und die Uckermark und trägt das auch hinaus. Wie ich vorhin in meiner Rede erwähnte, die Farbe erkennt man, das Uckermark-Zeichen ist dran. Und man merkt bei den beiden, also beim Eigentümer Ronald Garkisch und dem Kais Kasel, dem Geschäftsführer, dass die das hier mit Herz und Seele machen. Das Firmenjubiläum wurde mit einer rauschenden Sommerparty gefeiert. Rundum Musik, Kultur und Attraktionen für Mitarbeiter, Geschäftspartner und Gäste. Ein Höhepunkt jagte den nächsten. Auf dem Firmengelände blieben keine Wünsche offen. Ich wünsche allen, die hier mit den LKWs, mit unserem Logo, der Uckermark durch die Welt fahren, immer wieder eine gute Heimreise. Und herzlichen Glückwunsch ans Unternehmen, herzlichen Glückwunsch an die Mitarbeiter und herzlichen Glückwunsch an den Geschäftsführer, der hier ganz viel Kraft investiert. Das Traditionsunternehmen hat sich fest am Markt etabliert, hat Höhen und Tiefen überwunden und blickt nun mit starken Partnern an der Seite, voller Optimismus in die Zukunft. Natürlich sehe ich auch, wenn ich unterwegs bin, die LKWs mit der großen gelben Fläche, wo Euber draufsteht, Uckermark draufsteht. Also von daher, und für mich ist es einfach ein traditionsreiches Unternehmen, was hier in unsere Region einfach hingehört. Das ist natürlich eine wunderbare Symbiose zwischen wirtschaftlicher Leistung und Identitätsschaffung mit der Uckermark an sich. Also da freuen wir uns sehr darüber, dass es so funktioniert. Trotz aller Mühen, die natürlich auch bestehen mit LKW-Maut und Lohnsysteme und natürlichen Probleme, die in der Logistik bestehen. Da drücken wir natürlich die Daumen, dass es die nächsten Jahre natürlich so erfolgreich weitergeht. 70 Jahre Euber Logistik. Zeit, um Danke zu sagen. Die XXL-Geburtstagsparty im Military Look bleibt ganz sicher noch lange in Erinnerung. Die XXL-Geburtstagsparty im